Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Und ich bin wieder da. Ich dachte mir letzte Woche, ich mach mal einen auf Boba Fett und pausiere von meiner eigenen Show. Aber das würde ich natürlich nicht lange durchhalten, deswegen freue ich mich wieder hier zu sein. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Britt-Marie und Torben. Ihr habt das wirklich großartig gemacht. Aber wir haben einen neuen Force-User hier in unserer Mitte zu begrüßen. Heute an meiner Seite der Manuel. Hallo! Ja, hallo. Das ist der Weg heute, würde ich sagen. Bin auf jeden Fall gespannt, heute das erste Mal bei einem Recap dabei zu sein. Ich freue mich. Und ich mich auch. Und es gibt einiges zu recappen, das kann man schon mal vorab sagen. Diese Episode war prall gefüllt mit Ereignissen und Enthüllungen. Hauptsächlich Enthüllungen, ja, genau. Ja, was für Enthüllungen. Regie führte Rick Famujima, zu dem man nicht mehr allzu viel sagen muss. Er hat Routine auf dem Regiestuhl bei Mando. Er hat schon so einige Episoden inszeniert. Und seine Episoden konnten sich optisch eigentlich auch immer gut sehen lassen. Man kann verstehen, warum er diesen Job so häufig anvertraut bekommt. Gut, wir beginnen wieder einmal. Ich finde das ganz toll, wie diese Staffel es nachholt, uns diesen wunderbaren Schauplatz so oft es geht zu präsentieren. Wir beginnen wieder einmal, ich glaube zum vierten Mal jetzt in dieser Staffel, auf Coruscant. Das hat einem doch schon immer ein bisschen gefehlt. Wie fandest du es bisher, dass wir so viel Coruscant in dieser Staffel gesehen haben, was ja die anderen Shows zuvor uns eher immer vorenthalten haben? Ich fand es auf jeden Fall bisher extrem spannend eigentlich, muss ich sagen. Weil es irgendwie so ein bisschen auch was ist, was man sonst, würde ich sagen, nicht unbedingt so mitgekriegt hat, jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden. Und der Anfang war ja jetzt im Vergleich, würde ich sagen, relativ kurz gehalten. Wir begleiten ja jetzt am Anfang kurz die, wie heißt du doch gleich, Elea Cain. Genau, die Sympathieträgerin schlechthin bei allen. Genau, die ja als Spionin für Moff Gideon arbeitet und reportet dort zu Moff Gideon via eines Probe Droids und macht so ein bisschen Videoanruf. Ja, was ich übrigens ganz, ganz cool finde, ganz kurz, wie das Setting etabliert wird. Denn das Einzige, was den Anblick von Coruscant schlägt, ist Coruscant bei Nacht. Da hast du einfach diese unvergleichlichen Blade Runner Vibes. Und ich war sofort gecatcht, als wir diese Szenerie gesehen haben. Ja, genau das habe ich mir auch als allererstes aufgeschrieben. Blade Runner Vibes am Start. Und da schließe ich ja dann, oder was heißt schließe ich die Lücke, aber das ergibt sich dann eben aus der Inszenierung von Rick Famojiva. Die, finde ich, auch in den folgenden Szenen nochmal richtig spektakulär wird, finde ich. Ja, also er weiß vor allen Dingen, wie man Schauplätze klasse aussehen lässt. Das wirkt immer wieder ausgesprochen deutlich. Ja, genau. Und es kommt ein Druide zu Eliakane geflogen, der nichts Gutes vermag. Ich meine, diesen Druiden, glaube ich, schon mal gesehen zu haben, irgendwo beim Imperium oder sogar bei Jabba. Es ist auf alle Fälle ein Kommunikationsdruide, der immer von den Bad Guys genutzt wird. Aber das Design sah sehr vertraut aus. Und ja, wir sehen, wie gesagt, ein Hologramm von Moff Gideon, der, wenig Überraschung, etwas zu tun hatte mit dem Angriff der Piraten auf Navarro. Das schiefgelaufen ist, weil er unterschätzt hat, dass die Mandalorianer sich zusammenrotten konnten. Eliakane erzählt ihm alles, was bei diesem Angriff passierte. Und ihm wurde klar, die Mandalorianer müssen aus dem Weg geschafft werden. Sonst wird das nichts mit der Auferstehung des Imperiums oder es wird nicht so leicht. Wir sehen daraufhin Moff in Live-Action und er geht einen Korridor entlang und wir sehen wieder Klone. Und immer noch wird ein Geheimnis... Darf ich kurz? Ja, klar. Die Szene fand ich auch extrem stark inszeniert. Ich weiß nicht, wie du es fandest, aber wo er den Gang langläuft, alles rote Farbe, dunkel, so ein bisschen, ja, nicht neblig, aber man sieht so die Laserfarben des Rotes erscheinen. Da habe ich auch direkt an entweder die Vader-Szene aus Rogue One denken müssen und auch so ein bisschen aus, was in Snokes Thronsaal so abgeht. Und da kommen ja vielleicht später auch nochmal gewisse Referenzen zu. Also das fand ich eine extrem coole Szene. Ja, der ganze Korridor und ich fand halt klasse, dass man das nur so einstreut, aber nicht weiter darüber redet, weil nach wie vor wird ja ein riesen Geheimnis gemacht. Eigentlich schon seit der ersten Staffel, seit Dr. Pershing das Blut von Grogu wollte. Was sind das für Klone? Sind es tatsächlich nur Truppen? Die kann man ja woanders herkriegen. Man kann ja zum Beispiel auch Kinder entführen, wie man es in der Sequel-Trilogie uns beibringt. Also was sind das für Klone oder hat das was tatsächlich mit dem bevorstehenden Aufstieg eines gewissen Snoke zu tun? Was glaubst du? Äh, ja, äh, weiß ich nicht, was meinst du? Hättest mich kalt erwischt. Also ob es tatsächlich, ob die Klone was mit, ja, mit Großanführer Snoke zu tun haben, der ja nun mal, wie wir ja in Episode 9 erfüllt haben, ein Klon war. Ja, also nach mehreren Versuchen hat Palpatine ihn ja geklont. Ist die Frage, ob es darauf hinausläuft oder ob man auf Gideon wirklich nur Klone für eine Armee braucht? Ja, äh, gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgelacht, muss ich sagen. Ähm, keine Ahnung. Ja, wir gehen ja langsam in Richtung Erste Ordnung. Das Wort Ordnung fällt mehrmals zwinker, zwinker in dieser Episode. Deswegen glaube ich, dass man da hinzusteuern muss irgendwo. Ja, dass die Klone das eigentlich bedeuten müssen. Ja, und Moff Gideon platzt in ein, äh, imperiales Zoom-Meeting rein. Oder ein Holo-Meeting eher in dem Falle. Und wir haben mehrere Leute dort, die darüber diskutieren, wie schwach die Führung doch ist. Und Moff Gideon wirft die Mandalorianer ins Spiel. Und dann gibt es den größten Name-Drop überhaupt. Nämlich Admiral Thrawn. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das ist ein reines Setup für die Ahsoka-Serie, die ja im August startet. Also mich würde es extremst wundern, wenn sie tatsächlich noch diesen Biggie auspacken und uns hier am Ende dieser Staffel Thrawn präsentieren würden. Glaubst du, es könnte dazu kommen? Ähm, vielleicht so als Teaser könnte ich mir vorstellen. Ähm, also ich musste es tatsächlich, äh, muss ich gestehen googeln, da ich, äh, keine Rebels oder so schaue. Äh, ich bin eher der Live-Action zugewidmet leider, was das angeht. Und, ähm, ja, abgesehen, dass er dann wahrscheinlich in Ahsoka, wie du sagst, eine Rolle spielt und von Lars Mikkelsen gespielt wird. Und vielleicht machen sie dann ja sowas, dass sie jetzt am Ende dann nochmal, äh, ja, als kleines Häppchen was hinwerfen dann. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja, das wäre schon stark, ihn am Ende der Staffel anzuteasern mit einem Kurzauftritt. Ja, vielleicht gibt es ja eine Endcreditscene, aber... Ja, ich denke, dass sie schon in der finalen Folge machen werden. Nur so eine Silhouette oder die, die Stimme, weil man, wann will, wer nicht den Auftritt ruinieren für Ahsoka. Ich, ich bin hin und her gewesen, was das betrifft. Es wäre natürlich ein toller Auftritt fürs Finale, aber andererseits sollte man sich das Coolste ja auch für Ahsoka aufsparen. Das stimmt natürlich, ja, aber ich denke, dass wir in irgendeiner Form da was zu sehen bekommen. Ja, ja, man kann einfach das nicht nur so sagen oder es dann hängen lassen, auch wenn es bis um August nicht mehr weit ist, aber wir werden sehen. Okay, boom, Vorspannsequenz und wir sind wieder auf Navarro. Und ein riesiger Kreuzer wirft einen Schatten über Navarro. Ein Druide kommt aufgeregt in das Büro von Greef Kaga reingerannt, der nicht von ungefähr ständig an 3PO erinnert mit seiner hektischen Art. Also das ist ein ziemlicher 3PO-Abklatsch, der Typ. Ja, das stimmt. Ja, und er sagt, ah, imperialer Kreuzer, imperialer Kreuzer, aber er versichert ihm, nein, das ist kein imperialer Kreuzer mehr. War er mal, sieh doch das Symbol, das ist alles in Ordnung. Und es sind tatsächlich all die Mandalorianer, die Bo-Katan zusammengetrommelt hat. Und wir sehen sie, Mando und Grogu, und da ist die erste Sorge, dass die sich wohl nicht so gut miteinander verstehen können, können, eventuell müssen oder auch nicht können. Aber es bleibt erstmal alles friedlich. The Armorer versammelt alle und sagt ihnen, dass sie herzlich willkommen sind und dass sie erstmal miteinander essen sollen. Und es hat bestimmt seine Gründe, warum wir dieses Essen nicht sehen. Weil ich fand das ja schon so toll in der Episode mit dem entführten Kind. Die Mandalorianer gehen getrennte Wege, um zu essen, damit sie den Helm abnehmen können. Oder zusammensitzen und den Helm nur anheben, um zu essen. Warum haben die die Tradition, miteinander zu essen, wenn das so eine umständliche, ungemütliche Sache ist? Ja, das erklärt sich mir auch nicht. Das ist wahrscheinlich eines der ewigen Geheimnisse, die wir nicht erklärt bekommen in der Serie, die sich der Mandalorianer nennt. Ja, aber man hat schon so ein bisschen, fand ich, gespürt, dass es so ein bisschen noch, ja nicht feindlich, aber so ein bisschen knistert zwischen den beiden Fraktionen. Die Bukatan und den Jarin jetzt so zusammenführen wollen und, ja, mal schauen, was es dann später gibt, genau. Ja, man muss es diesbezüglich irgendwie, sagen wir mal, eine Form von Pseudospannung aufbauen. Man kann ja nicht sofort sehen, wie die sich formieren. Sie müssen halt bestimmte Prüfungen bestehen, um als Einheit zu funktionieren. Und das war klar, dass das darauf hinauslaufen würde. Ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich irgendwie Verräter in der Mitte haben, aber wer weiß. Der Cliffhanger aus der letzten Episode ist ja immer noch nicht komplett aufgeklärt bezüglich des Stücks Best Car in dem Shuttle-Moment jetzt, wo ich drüber nachdenke. Doch, ist er wohl, aber später dazu mehr. Jetzt setzt sich das gerade in meinem Kopf zusammen, wo das Best Car herkommt, in dem Shuttle aus der letzten Episode, weil wir ja jetzt diese komplette Episode hier gesehen haben. Okay, ja, jetzt hat sich das doch von alleine aufgeklärt. Anyway. Gleich nochmal der Groschen in zehn Minuten. Ja, genau, wenn wir über das Finale der Folge reden, dann nochmal, ah ja, ja klar, das war's. Richtig. Ja, alle kommen zusammen, Griffhanger kommt zu Mando und hat eine Flasche exklusiven Coruscant Scotch für ihn. Was? Hast du das gesehen? Nein, das habe ich jetzt nur improvisiert, keine Ahnung. Von der Flasche sah es ja aus, als könnte es ein Energydrink sein, keine Ahnung. Aber es soll ja ein edler Tropfen vermutlich sein. Ja, auf jeden Fall farbig sehr interessant. Ich habe mich gefragt, ob er denn wohl dem Alkohol zugeneigt ist, ob das was in der Kultur, ob das Alkohol auch vielleicht eine Rolle spielt oder ob das irgendwie vielleicht auch was ganz anderes ist. Es ist einfach irgendwas, wer weiß, irgendeine Spezialität von irgendeinem gebrauten Zeug, man weiß es nicht. Es muss ja das Star Wars-Äquivalent zu was hochprozentigem sein, Scotch, Whisky, was auch immer, wenn er es ihm als Geschenk überreicht. Aber gute Frage, die Mandalorianer sind starke Kämpfer, ihren Codex etc. etc., die dürfen sich doch nicht abschießen. Also abschießen im Sinne von, ne? Genau, das kam irgendwie so ein bisschen komisch vor und darum dachte ich, vielleicht ist es ja auch was anderes. Oh, jetzt habe ich deinen Witz verstanden, ja. Ich habe zuerst meinen Witz selber nicht verstanden, abschießen, ja. Ja, das wäre auch mal ein schöner Gag für eine Folge. Anstatt dass die essen, will ich die mal richtig bechern sehen, mal gucken, was da rauskommt. Ohne Helm, genau. Ohne Helm. Dann knallt es auch mehr. Könnten sie ja auch flüssig-nahrungsgutig nehmen. White Food. Aber Grief sagt, ich habe noch ein anderes Geschenk für dich. Sie gehen in sein Büro und da ist der neu errichtete IG-11, jetzt IG-12. Geführt von, ich habe vergessen, wie diese Rasse heißt. Also Babu Frick aus Episode 9, sage ich immer nur, ist ja die gleiche Rasse. Ja, ich hatte jetzt auf dich gebaut, dass du den Namen der Rasse weißt. Ich kann es mir auch nicht merken, ja. Ja, die wird immer so eingestreut, aber da wird irgendwie nie, die wird irgendwie nie so betont, dass es hängen bleibt. Es ist irgendwie, irgendwie sind die ziemlich irrelevant. Genau. Er rutscht da raus, er rennt dann Grogu vorbei, der Kleine, weil er nicht schon wieder geknuddelt werden will. Und Grogu springt in den Druiden rein, um ihn zu bedienen. Und das ist eine Szene, die wirkt im ersten Moment nur eingestreut bezüglich Comedy-Momenten. Aber ich denke, die hat doch sehr viel mehr Prägnanz. Denn die ganze Dynamik zwischen Din Djarin und Grogu ändert sich ja jetzt. Jetzt, wo Grogu einen Körper zur Verfügung hat, der stark ist und kommunizieren kann. Also das hat schon seine Bedeutung für die Zukunft. Und vor allen Dingen, er kann sich jetzt auch Mando widersetzen, wenn er mit was nicht einverstanden ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass Grogu jetzt in diesen Roboteranzug quasi steigt und ihn hat, zur Verfügung stehen hat, symbolisiert irgendwo seine Wandlung vom Kind zum wütenden Teenager. Okay, ja, war auf jeden Fall eine sehr lustige Szene, oder was heißt sehr lustig, aber schon eine amüsante Szene, fand ich, die dann danach folgte. Und ich fand es auch sehr spannend zu sehen, dass er im Grunde Grogu jetzt, wie du sagst, halt eine Stimme hat. Das hat mir eigentlich, fand ich erstmal am spannendsten. Ich glaube, wir sehen dann ja, wie du schon angedeutet hast, später, dass es auch für die Mandalorianer und so, dass er auch eine gewisse Rolle jetzt einnehmen kann. Aber dass er ja tatsächlich jetzt aktiv sich äußern kann, fand ich, muss ich sagen, interessant. Ich hatte dann jetzt irgendwie mich schon gefragt, ob sie vielleicht jetzt mehr als ja oder nein, was er jetzt die ganze Zeit benutzt, erstmal noch übernehmen werden, ob da irgendwie noch Möglichkeiten gibt. Aber das wäre dann, glaube ich, wieder irgendwie auch ein bisschen fehl am Platze. So ist es eigentlich noch so in einem, wie sagt man, confined space. So ist es so ein bisschen, er hat nicht unendlich Möglichkeiten, aber er kann was tun und es wirkt jetzt nicht albern oder so, nur ein bisschen spaßig vielleicht, aber er hat jetzt auch nicht auf einmal, ich glaube, es würde komisch wirken, wenn er jetzt auf einmal komplett sprechen könnte oder so über den Ruin. Ich glaube, wo man da am meisten Sorge hat, ihn keine kompletten Sätze sprechen zu lassen, ist einfach, weil es würde ein bisschen den Niedlichkeitsfaktor trüben. Er ist immer noch Babygro, er soll sich immer noch kindlich aufführen, würde er jetzt komplette Sätze formulieren, auch in dieser Yoda-Sprechweise, das würde ihn erwachsener und älter wirken lassen. Er muss immer noch als das Baby wahrgenommen werden irgendwo, auch wenn er jetzt mehr in der Action mitmischen kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, und er geht Mando auch mächtig damit auf die Nerven, er hat ja, wie du schon gesagt hast, ein Ja- und eine Nein-Button zur Verfügung und er drückt den Ja-Button unentwegt, während die beiden zurück über den Marktplatz gehen und genehmigt sich auch einen Snack, den Mando bezahlen muss, macht doch was kaputt, was Mando bezahlen muss und Mando ist schon mal mächtig genervt und wir haben jetzt eine neue Dynamik zwischen Vater und Sohn und ich hoffe, das war es dann auch mit der Comedy, die man mit diesem Anzug anstellen wird, weil das könnte sich sehr schnell totlaufen. Ja, ich denke, das war zur Einführung jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen Grogu-Moment und von dem wir ja bisher tatsächlich noch gar nicht so viel, sag ich jetzt mal, gesehen haben und ja, jetzt wird die Figur dann anderweitig weiter benutzt, denke ich, im Verlauf. Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Ja. Grogu hat in dieser Staffel irgendwie die Funktion wie der Hund in einer Familien-Sitcom. So, er ist bisher in dieser Staffel, er sitzt da, er guckt niedlich, er hat hier und da mal einen kleinen Gag, aber er nimmt nicht wirklich aktiv an der Handlung teil und da wird leider auch sehr, sehr deutlich, was sich da einfach nicht verbergen lässt, nämlich dass die Leute Grogu, also Jon Favreau und Dave Filoni und das ganze Team hinter der Show haben Grogu zurückgebracht, weil sie eben gemerkt haben, ohne ihn verlieren wir Zuschauer, aber ohne ihn gehen wahrscheinlich auch die Merchandise-Sales runter, weil er ist nun mal Publikumsliebling Nummer eins, das haben wir nicht wirklich so beabsichtigt, dabei ist es geworden, er verkauft Merch ohne Ende, er muss irgendwie dabei sein. Es ist er aber nun mal handlungsmäßig, was er kann, sehr eingeschränkt, also hat er den Großteil der letzten Folgen damit verbracht, immer nur da zu sitzen und niedlich zu gucken. Und ja, das jetzt mit dem IG-Anzug ist eine interessante Idee. Mal sehen, wo es hinführt. Aber ja, ich finde, ein Schwachpunkt dieser Staffel ist, sie können es nicht wirklich verbergen, dass er einfach nur dabei ist, weil sie ihn dabei haben wollen, aber nicht, dass er wirklich notwendig ist für die Plots. Ja, immerhin ist es, finde ich, nicht so, dass man permanent das Gefühl hat, dass Manu jetzt irgendwie Vater einfach nur spielt und die ganze Zeit auf ihn aufpassen muss, sondern dass er ja auch so ein bisschen quasi öfter von Grogu beschützt wird in bestimmten Situationen auf, vorher auf Mandalore und so weiter. Und darum finde ich es eigentlich, muss ich sagen, ganz okay. Das stört mich jetzt nicht so unbedingt, aber klar, was du sagst, ist schon auch ein bisschen auffällig. Ja. Aber wie gesagt, dieser Anzug wirkt neue Möglichkeiten, sehen wir, wo das hinführt. Und Bo-Katan sammelt derweil die Freiwilligen ein für eine Rückkehr nach Mando und du hast so einen Ich-bin-Spartakus-Moment, als alle aufstehen und sagen, ich, 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 ich komme auch mit. Sogar die Armorer sagt, dass sie mitkommt und ich glaube, damit war die Truppe komplett. Hat irgendeiner gesagt, dass er nicht mitkommt? Das wäre jetzt lustig gewesen. Ja, da hat ich mich auch gefragt. Sie hat ja den Plan erklärt, wie sie jetzt vorgehen wollen, dass sie die Flotte im Orbit über Mandalore erst mal parken wollen und dann einen Spähtrupp runterschicken, der dann die große Schmiede findet, um dann eine Sicherheitszunde zu errichten. Und jetzt brauchen wir ein paar Freiwillige, um das zu tun. Und ja, natürlich erst mal niemand. Und dann melden sich natürlich Mando und Grogu und dann alle anderen. Und ich glaube, man hat dann so ein bisschen gesehen, als die Kamera am Ende rausgezoomt ist oder eine Fahrt nach draus gemacht hat, dass dann doch, glaube ich, ein paar noch daneben standen, die sich vielleicht nicht gemeldet hatten. Aber es waren schon genug, glaube ich. Ja, das wäre lustig gewesen. So Shot zurück auf Navarro und dann sitzt da so ein einzelner Typ, der sich so gerade einen durchzieht oder oder sich einen Snack genehmigt, einfach nur chillt. Und ich hatte da keinen Bock drauf. Okay, ich bleibe lieber hier oben. Ja, es ist gemütlich hier. Ja, die Mandalorianer machen sich auf und wir haben eine sehr schön inszenierte Sequenz, wo sie andocken, wo es aufgeht, so richtig Space Marines-like dort landen, sich versammeln. Und dann marschieren sie eine Weile der Oberfläche entlang und es kommt ein riesiges piratenähnliches Schiff auf sie zu. Wir vermuten zuerst Gefahr, aber nein, es sind tatsächlich andere, relativ abgewrackte Mandalorianer, die immer noch da sind. Was ich eine ganz interessante Idee finde und ich fand es auch gut, dass man das sich gleich in der ersten Folge etabliert hat. Aber ja, es macht Sinn, dass nicht alle gegangen sind nach der Nacht der Tausendtränen und dass da irgendwelche gescheiterten Existenzen noch rumhängen. Finde ich die eigentlich ganz passend. Ja, kurze Frage dazu. Vielleicht, also mir war es nicht so ganz klar. Man sieht jetzt, also man sieht, dass das Schiff so am Horizont auftauchen und sie werden ja die Nachteulen genannt. Und warum wissen sie, wie sie die nennen sollen, wenn sie gar nicht wissen, dass noch Leute auf Mandalore sind? Ich glaube, es ging um das Symbol, weil einer dieser Piraten, äh Piraten, einer dieser alten Mandalorianer hat doch Wokatans Nachteulen-Symbol gesehen an ihrer Rüstung. Ah, okay. Und hat vielleicht das Symbol identifiziert, dass es die Nachteulen sind. Okay, ja. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das war mir auch ein bisschen zu krude geschrieben, die Szene, wie sie da zusammenkommt. Ja, ich fand's jetzt auch, hab's hingenommen, aber ich hatte es irgendwie nicht so ganz verstanden, was da, was das angeht. Hatte aber jetzt auch schon wieder inszenatorisch Vibes. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war Mad Max Fury Road am Start auf einmal in meinem Kopf. So ein bisschen, ich weiß nicht, Sonnenuntergang, glaube ich, Stimmung. So ein bisschen rötlich und dann hinten so ein abgewracktes Schiff, was da auf einen zufährt. Und ich dachte so, ah, okay, cool. Ja, vor allen Dingen, wie die ausgesehen haben. Also das Mad Max-mäßigste war noch der Look dieser Typen. Dieses wirklich abgewrackte, mit der halben Rüstung und dieser ungepflegte Look, den die da haben. Das war sehr Mad Max-artig. Genau, so ein bisschen Endzeitstimmung, ja. Ja, und sie stellen dann ihre Dienste zur Verfügung, ne? Oh ja, sie gelobigen ihr sofort die Treue und wir sind auf dem Schiff unterwegs. Also die meisten der Mandalorianer sind dementsprechend dann doch doch alle. Der ganze Trupp ist mit denen auf dem Schiff unterwegs und wir bewegen uns dann auch schon Richtung, sehr schnell Richtung Mien. Und dann kommt ein Moment, den ich leider als den überflüssigsten der ganzen Episode betrachten muss. In meinen Notizen habe ich nur geschrieben, zwei Mandos kriegen sich in die Wolle wegen Schach. Warte, kommt das jetzt schon? Ja, also gut, wir haben noch Dialoge davor. Ja, die fand ich eigentlich relativ wichtig, oder? Warte mal. Ja. Was sagen die? War jetzt nicht erstmal die Szene, wo sich Bo-Katan erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also sie spricht darüber, wie Moff Gideon das Darksaber in die Hände bekam. Er hat ihr wohl einen Deal angeboten, dass die meisten Mandalorianer die Nacht der Tausend Tränen überleben können, wenn er ihr das Darksaber gibt. Genau, also ich glaube, dass ja zum Beispiel Mando und auch vielleicht verschiedene andere Mandalorianer so ein bisschen die Interpretation hatten, dass Bo-Katan eher selbstsüchtig und nicht wirklich dem Stamm so zuträglich war, als eben sie da von Mandalore im Grunde vertrieben worden sind. Und sie sich dann erklärt, dass was damals passiert ist, dass sie sich eben auf einen Deal mit Moff Gideon eingelassen hat, dass er aufhört, die restlichen Mandalorianer, die noch verblieben sind und die Städte zu verschonen und wenn sich die, die sie eben unterwerfen und entwaffnen lassen. Und durch diese Entwaffnung ist dann Moff Gideon an das Darksaber gekommen in dem Moment. Und das war halt für Bo-Katan so ein Moment, wo sie sich halt hat verraten gefühlt, obwohl sie versucht hat, ihr Volk noch zu retten. Und was, glaube ich, dann bei dem Volk als, ja, anders interpretiert wurde, weil sie die ganze Wahrheit nicht kannten und darum gab es hier so einen Moment, wo sie sich, glaube ich, so ein bisschen erklären konnten, konnte. Und ja, Mando dann auch quasi Verständnis in der nächsten Szene gezeigt hat. Ja, und die nächste Szene hat mich doch sehr berührt, weil wir sehen sowas von Mando ja eher selten, also derartige Bekundungen von Empathie und Sympathie, als er sagte, dass Bo-Katan eben das tun musste, was sie tun musste, dass sie betrogen wurde und dass er ihr treu zur Seite stehen wird, wenn sie Mandalore wieder aufbaut, wenn sie dort an der Spitze steht und er macht ihr klar, dass er ihre Autorität respektiert und ihr zur Seite steht. Und ich sehe hier leider schon die Kontroverse. Na? Ich sehe hier an dieser Stelle schon leider wieder diese Ecke der Fanbase, die sich halt öfter mal daran stört, wenn weibliche Figuren in den Mittelpunkt gerückt werden bei Star Wars. Ich sehe schon wieder das Rumgeschrei in diversen YouTube-Videos. Heißt die Show jetzt überhaupt noch Mandalorian oder Bo-Katan? Wieso reißt Bo-Katan alles an sich? Kathleen Kennedy und ihre Agenda. Ich sehe es schon wieder kommen. Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Also glaubst du, die Fanbase wird das so hinnehmen? Oder glaubst du wirklich, es wird genügend Schreihälse geben, die sagen, Bo-Katan reißt die ganze Show an sich? Weil ich habe das Gefühl, dass das dauert nicht lange, bis das kommen wird. Also ich glaube, dass die Star Wars Fanbase, was das angeht, immer schwierig ist wahrscheinlich. Nein, oder was heißt, was das angeht. Aber generell, wenn irgendwie was Kontroverses oder auch eigentlich nicht Kontroverses passiert, dann gibt es immer Leute, die laut genug schreien. Und ich muss sagen, dass ich mich bei sowas echt ziemlich raushalte und auch relativ wenig von mitkriege. Kann mir vorstellen, dass es sicherlich Leute gibt, die in die Richtung ihre Meinung äußern. Aber könnte ich auf jeden Fall überhaupt nicht nachvollziehen. Also fände ich total fehl am Platz. Ja, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, so toll wir ihn auch finden und so viel Spaß die Reise mit ihm auch macht. Mando ist nicht der komplexeste Charakter, den es überhaupt gibt. Darum halte ich es für eine gute Idee, Mando genügend Sidekicks zur Seite zu stellen, die eben nicht so sind wie er und sich auch in vielerlei Hinsicht komplett von ihm unterscheiden. Dass das einfach auch ein bisschen mehr Würze in die Show bringt. Wenn es wirklich die ganze Zeit nur der wortkarge Ganslinger und sein kleiner Freund wäre, die halt da ihre Abenteuer erleben, würde das sehr schnell monoton werden. Und man will ja die Figur auch Veränderungen durchmachen lassen. Von daher finde ich das auch absolut legitim und begrüße ich das auch. Und Katie Sackhoff ist einfach auch arschcool in der Rolle, muss man mal wirklich sagen. Ja, die passt wirklich gut zu ihr, finde ich auch. Also ich hatte das ja damals nicht mitbekommen, als Bo-Katan in der zweiten Staffel eingeführt wurde und alle sind ausgetickt. Und ich habe mich gefragt, wieso? Weil ich bin ja genau wie du, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt, auch mehr der Live-Action-Fan. Ich verfolge die Animationsgeschichten ja auch nicht. Und darum wusste ich ja gar nicht, dass Katie Sackhoff ja die Stimme der animierten Bo-Katan bei Clone Wars und Rebels ist. Deswegen fanden das die Fans ja so großartig, dass sie Bo-Katan zuerst da gesprochen hat und jetzt ja tatsächlich in Live-Action spielt. Okay, ja, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich fand's hauptsächlich einfach stark, weil ich sie ja spätestens seit Battlestar Galactica großartig finde. Und genau so eine Rolle ist natürlich irgendwie ihr auf den Leib geschneidert. Aber wenn sie sogar in den animierten Serien schon die Stimme spricht, ist das umso cooler. Ja, ja, kann ich verstehen dann. Ganz genau. Hat man großes Glück gehabt, dass der Rest, ne, Aussehen, Schauspiel und so weiter zur Stimme passen und zum Look passen, dass man sie da dementsprechend dann vom Animationsbereich in den Live-Action-Bereich befördern konnte. Vielleicht ist es ja schon von langer Hand geplant. Ich weiß nicht, von welcher, wo taubt sie denn das erste Mal auf? Weißt du dann auch nicht, ne? Ne, das weiß ich dann auch nicht. Aber ich glaube, das war einfach ein Glücksgriff, dass man gesagt hat, wenn wir Katie Sackhoff die Haare rot färben, sieht sie so aus wie Bo-Katan, dann kann sie Bo-Katan auch in echt spielen. Also diese Animationsshows, die liegen ja schon eine Weile zurück. Da war, glaube ich, die Idee für Disney Plus noch in den Startlöchern oder noch nicht einmal. Also ich nehme mal an, das war ein reiner Glücksgriff. Ja, okay. Ja, und dann kommt die Szene, du hast recht, ich bin echt etwas zu schnell vorgeprächt, das war wichtig, was da vorkam. Dann kommt die Szene, die ich einfach nur, keine Ahnung, was sollte das? Sollte das dafür da sein, dass wir ein bisschen Spannung innerhalb des Teams etablieren wollen? Oder sollte das einfach nur zeigen, wie nützlich jetzt der IG-Anzug ist, den Grogu da hat? Denn zwei Mandalorianer prügeln sich, weil sie sich nicht einig sind bezüglich des Regeln eines Schachspiels. Also das klingt schon albern, wenn ich das sage, oder? Ja, das war es auch. Also das war auch so eine Szene, da hat man halt geguckt und man dachte so, ja, okay, sie mussten jetzt irgendwie jetzt noch so ein bisschen Spannung hier reinbringen, weil das macht man halt so. So Drehbuch ABC, keine Ahnung. Und ja, es wirkte schon einfach nur dümmlich. Also es ist ja unerwachsen, unausgereift und irgendwie dann zwei Stunden später sollen sie sich jetzt im Kampf stellen. Aber okay, man muss irgendwie nochmal aufzeigen jetzt, dass es nicht so ganz einfach ist, die beiden Stämme, sag ich jetzt mal, von Mandalorianern zu vereinen und unter einen Hut zu bringen. Und dann war es jetzt irgendwie ganz nett, dass Grogu, sie sagt dann ja sowas wie, nein, wir mischen uns nicht ein, weil keiner von den Parteien hier sollte sich da jetzt einmischen. Und zack, schreitet Grogu in seinem IG-12 dazwischen und ist ja der neutrale Beobachter und darf jetzt sozusagen schlichten und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich meine, wenn man mal die Mandalorianer mit Kriegerstämmen oder kriegerischen Völkern aus unserer Welt vergleicht, die sollen doch eher wohl Samurai-Krieger in einer bestimmten Art und Weise darstellen, folgen einem Kodex, sind sehr fokussiert und so weiter. Oder dass sich zwei in die Haare kriegen wegen dem Schachspiel, hatte eher was von, keine Ahnung, Wikingern oder Germanen, es wirkte ziemlich plumm. Also wenn man bedenkt, wie gefasst die immer rüberkommen, war das ziemlich out of character. Ja, und es waren ja auch noch, glaube ich, die beiden, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Anführern von den, der eine von den Söldnertruppen und ich glaube, dass der andere war Passwissler, oder? Der später im Kampf, ähm, sich nochmal opfert, oder? Ja, es war Passwissler. Ja, doch, es war Passwissler. Ja, also darum fand ich auch nochmal so, ja, Vorbildrolle war jetzt irgendwie nicht so wirklich erfüllt und da gibt es dann auch so ein paar Momente, wo es ja von ihren Gefolgsleuten dann angeguckt werden, Na komm, jetzt zeig dem aber nochmal so, ne? Ja, also eine Vorbildfunktion haben sie da jetzt nicht unbedingt erfüllt. Nope. Aber wie gesagt, Roku schlichtet und wir fahren weiter und dann kommt die Fahrt abrupt zu einem Ende. Denn eine riesige Kreatur kommt aus dem Boden und ich hab mir das angesehen. Und ganz ehrlich, das liegt daran, dass man in der ersten Episode dieses Vieh nur kurz unter Wasser gesehen hat. Und ich war die ganze Zeit hin und her gerissen. War das jetzt, ich will nicht irgendwie blöd klingen oder riskieren, dass die Fanbase mich in der Luft zerreißt, aber ich muss es jetzt leider tun. War das jetzt der Mythosaurier oder war er es nicht? Also habe ich jetzt mal so interpretiert. Das hätte ja irgendein anderes Vieh sein können, da gibt es ja jede Menge. Ja, aber warum sollte man ihn dann vorher so mystifizieren und aufbauen? Sie hat ihn gesehen und ich habe es jetzt auch so interpretiert, dass es Sinn macht, dass der jetzt da auftaucht. Und auf der anderen Seite hatte ich mir dann auch gedacht, dass das dann jetzt eigentlich mehr, ja, irgendwas muss jetzt mehr passieren, aber im Grunde flüchten sie ja jetzt nur vor denen. Ja. Und dann ist er wieder weg. Wahrscheinlich ist dann das Geld für CGI ausgegangen. Aber, ja, ich habe es jetzt auch mal so interpretiert. Und nur, dann frage ich mich, die machen aus dem so ein Big Deal und es heißt irgendwie, wer den Mythosaurier reiten kann, der kann Mandalore anführen und so weiter und so fort. Und dann in der ersten Folge da in den Wassern, da sitzt er da einfach nur in der Ecke, starrt Bo-Katan an, aber regt sich nicht. Warum kommt er jetzt auf einmal da aus dem Boden geprächt und hat den Drang, die Mandalorianer und dieses Schiff zu attackieren? Deswegen war ich mir nämlich eben nicht ganz sicher, ob er es ist oder nicht. Naja, also es ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Zufall, dass sie dann jetzt in die, sich in die nächste Höhle retten und, ja, im Grunde von, ähm, ja, Moff Gideon dann in eine Falle gelockt werden. Vielleicht hat er da auch seine Finger schon im Spiel gehabt. Stimmt. Dass er da schon den, ja, Mythosaurier irgendwie, ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, gestichelt hat oder so. Oder sich ein anderes Monster rausgesucht hat, was irgendwie jetzt die Aufgabe für ihn erfüllt. Das kann sehr gut sein, ja. Er hat ihn angestachelt, ihn nach oben getrieben, ja. Das muss es auch irgendwie gewesen sein. Ja, es gibt viele Zufälle, dass sie jetzt da dann genau irgendwie landen, wo sie dann in die Falle von ihm tappen, so. Das hab ich mir gedacht. Ja, sie kommen nämlich wieder runter und da unten gehen sie erst einmal eine Weile entlang und auf einmal finden sie eine Basis mit TIE-Bombern, TIE-Fightern, alles drum und dran. Wie in alten Zeiten eine imperielle Basis. Eine Tür schließt sich und es kommen mehrere Leute mit Jackpacks angeflogen. Sie merken, es sind keine Mandalorianer. Aber es sind neuartige Klontruppen-slash-Stormtrooper-Anzüge, die wir wahrscheinlich danach nie mehr wiedersehen werden. Ich meine, es ist komisch, dass sie dieses Design nicht behalten haben und dann sich bei der ersten Ordnung wieder auf das Classic-Stormtrooper-Design eingeschossen haben. Aber nun gut. Da muss man jetzt hier nochmal was Neues zeigen. Die sahen eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Die sahen extrem cool aus. Die sahen eigentlich cooler aus als das klassische Stormtrooper-Design irgendwo. Aber gut, die sind halt Vintage-Fans. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, was wenn man dann zu viel in den neuen Filmen wieder verändert. Dann hat man wieder manchmal vielleicht Probleme mit gewissen Fanbases. Ja, die Fanbase ist ja noch nicht gespalten genug. Genau. Das muss man nicht doch mehr provozieren. Genau, es kommt zu einem Gefecht. Es kommt zu einem ordentlichen Schussgefecht. Es wird geblastet ohne Ende. Und die Mandalorianer flüchten weiter geradeaus. Und sie stellen fest, dass es eben aussieht wie eine imperielle Basis. Und Moff Gideon tritt wieder in Erscheinung. Mit einer ganz neuen Rüstung, die er aus Beskar gefertigt hat. Denn die ganze Zeit über, als er floh aus dem Shuttle, das ihn zu seinem Gerichtsprozess bringen sollte, hat er auf Mandalore eine Basis errichtet mit dem ganzen Beskar, das da immer noch zur Verfügung war, um neue Rüstungen für die Dark Trooper zu schaffen, die jetzt ausgestattet sind mit Beskar und nicht mehr zu besiegen sind. Und damit erklärt sich dann auch endlich dieser Cliffhanger aus der letzten Episode, warum steckte da ein Stück Beskar in dieser Fähre, in diesem Shuttle, das ihn halt zu seinem Prozess bringen sollte. Ich meine, ich finde das cool gelöst, dass es sich hier halt um Beskar handelt, das er selbst benutzt hat. Und ich hätte halt, oder eben seine neuen Dark Trooper, dass man halt das Offensichtliche nicht genommen hat. Weil Verrätern in eigenen Reihen ist ein Twist, der ist wirklich ziemlich ausgelutscht. Und ich fand es toll, dass man eben nicht schon wieder die Mandalorianer spaltet, in dem Sinne. Ja, ich fand das auch einen ziemlich spannenden Reveal. Und der erklärte jetzt auch, dass er hat ja im Grunde den Planeten die ganze Zeit ausgebeutet, seine Ressourcen benutzt und so weiter und das Gerücht, sag ich jetzt mal, verstreut, worin er hat er ja am Anfang gesagt, dass er, wenn sich jemand mit Gerüchten auskennt, dann ist es er und er kennt sie alle in der Galaxie. Und er hat das Gerücht gestreut, dass Mandalore eben unbewohnbar ist, vergiftet ist, verglast. Man kann auf der Oberfläche nicht sein und hat sich eben dort versteckt und die ganze Zeit seine neue Rüstung und seine, fängt er an, seine Armee aufzubauen, die er ja aufbauen will jetzt aus dem Besten, was die Klonkrieger zu bieten haben, die Jedi zu bieten haben, die Mandalorianer zu bieten haben. Und ja, spannender Reveal. Und ich fand auch seine Inszenierung, wie er reingekommen ist, musste man wieder einfach mal, ich zumindest, an sämtliche Darth Vader-Szenen denken. Also er hat ja auch jetzt seine neue Rüstung an, sehr dunkel, sieht relativ ähnlich aus, musikmäßig und immer so von hinten oder vorne gerade gefilmt und kommt ganz bedacht und behutsam. Läuft er aber, hat so eine Aura schon, die sehr angsteinflößend ist. War so ein bisschen back to the roots auch, fand ich. Man muss mal ganz klar sagen, von allem, was wir da bisher gesehen haben im sogenannten Mando-Verse, also all die Serien, die in dieser Timeline spielen, da ist Moff Gideon einfach wirklich der beste Schurke. Und nicht nur da, auch die anderen Shows, die da vorspielen. Also, es liegt natürlich an Giancarlo Esposito selbst, der Mann ist fantastisch, aber auch, wie du sagst, wie er in Szene gesetzt wird. Die Musik, die von Ludwig Göransson für ihn komponiert wurde. Der Look des Anzugs etc. Da kommt keiner ran. Ich hab kurz darüber nachgedacht am Ende der Folge, was haben wir in den Disney-Plus-Serien bisher eigentlich für Schurken gehabt. Okay, Obi-Wan hatte Darth Vader, aber das zählt nicht. Nehmen wir mal die neuen Schurken, die dafür kreiert wurden. Reva ist ziemlich lame. Über das unfassbar lame Pike-Syndikat von Book of Boba Fett wollen wir mal gar nicht erst reden. Und, äh, okay, ich muss gestehen an dieser Stelle, ich hab Andor immer noch nicht zu Ende geguckt, aber ich glaub, auf der Schurken-Ebene ist da auch nicht so viel anzubieten. Also wirklich, Moff Gideon, ich find es gut, dass sie ihn nicht komplett ausgeschaltet haben am Ende der zweiten Staffel. Das wär zu schade gewesen. Das ist einer, den will man immer wieder sehen, weil der hat immer wieder Wirkung. Ja, und dadurch, dass er auch wirklich jetzt von der ersten Staffel an dabei ist und immer so recht sporadisch in, ja, eigentlich fast immer so gegen Staffelende, ne, Auftritt, äh, wichtige Auftritte hat und versprüht er halt immer auch so ein Charisma und so eine Bedrohung, die, ja, echt, äh, funktioniert für mich. Also, bin ich ganz bei dir. Genau. Und so kommt das dann eben auch zum finalen Gefecht. Die Mandalorianer wollen den Rückzug antreten. Moff Gideon versucht, Bo-Katan erneut irgendwie, ja, gut, er macht noch nicht mal eine Versprechung, aber er sagt einfach, gib mir das Darksaber zurück. So, okay, ihm ist klar, er kann kein, sie kann kein Deal mit ihm eingehen und es ist auch sehr gefährlich, die ganze Situation. Aber das war irgendwie komisch, dass er sagt, ja, und jetzt gibst du mir das Darksaber zurück. Also, als ob sie es freiwillig gemacht hätte. Aber ja, sie ... Ich muss sagen, ich hab generell, ich weiß nicht, wie es dir geht und ich hab jetzt die, äh, wie gesagt, die Besprechung von letzter Woche ja nicht nachgehört, aber ich hab generell immer das Gefühl, wenn das Darksaber im Spiel ist, wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. Also, ich hab mich von Anfang an, wo Mando das Darksaber gehabt hat und dann klar war irgendwann, dass das eigentlich Bo-Katan haben sollte. Wie machen sie das, dass sie das Darksaber bekommt? Und, also, das war ja wirklich komplett lame, äh, wie sie das gelöst haben, fand ich. Das fand ich einer der absoluten Schwachpunkten in dieser Staffel, äh, dass er das jetzt irgendwie erklärt und, ja, sie hat mich ja gerettet, sonst wäre ich gestorben und darum, äh, hier, du darfst es jetzt haben. Und denkst du so, ja, okay. Und das war jetzt auch wieder so ein bisschen das Gleiche, fand ich, so. Also, Moff Gideon kommt rein und hat halt dieses Charisma und diese Ausstrahlung und sagt dann, ja, du gibst mir als das Darksaber. Äh, nein. So, also, kämpf da mal bitte drum. Genau. Wie oft wurde das schon gesagt, dass Darksaber, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht, wie oft wurde schon gesagt, dass Darksaber kann nur im Kampf gewonnen werden. Und bisher haben wir alles Mögliche um das Darksaber gesehen, endlose Gespräche, aber noch nie ein richtiger Kampf. Redet nicht immer nur darüber, macht es doch mal. Sehr, sehr seltsam, ja. Du hast, also, ja, das Darksaber bleibt nach wie vor ominös und wie genau es den Besitzer wechselt, bleibt umso ominöser. Ich möchte in der nächsten Staffel verflucht nochmal einen richtigen Kampf um das Ding sehen. Das sind sie uns schuldig. Es ist halt schlecht, wenn Bo-Katan Mando töten muss. Darum muss sie halt mit irgendeiner anderen Lösung kommen. Ja, ja. Dann bleibt wirklich ein Kampf zwischen ihr und Moff Gideon, so ein richtiger. Das könnte ich mir für diese Staffelfinale nächste Woche echt gut vorstellen. Das stimmt natürlich. Vielleicht ist, wir haben ja noch eine Folge, vielleicht kommt ja noch was, ja. Ja. Ja, die Mandalorianer treten den Rückzug an durch das Loch, das Bo-Katan mit dem Darksaber in die Stahltür reißen, schneiden konnte. Aber Passwissler sagt, ich bleibe. Das ist der Weg. Jack verballert alles, was er hat. Die Mandalorianer flüchten und es sieht so aus, als kann er diese Trooper alle überwinden und hat einen kurzen Moment zum Verschnaufen. Aber dann, wir sind noch nicht fertig mit coolen Rüstungen und coolen Troopern und coolen Waffen, taufen Figuren auf, die doch recht vertraut sind. Ich will nennen, vom Look her sahen sie nämlich aus wie die roten, ja, Thronraum, Throne Room Guards, mit denen ist ja Rey und Kylo Ren in Episode 8 zu tun hatten. Ich denke schon, das waren exakt die gleichen, meine ich. Sie hatten nicht die gleichen Waffen, sie hatten ja einfach nur solche Stäbe. Aber ich glaube, vom Look sahen die eher aus wie diese Thronraumwachen und nicht wie die klassischen Thronraumwachen des Imperators in Episode 6. Ja, denke ich schon. Also ich hatte auch wieder genau die Referenz im Kopf und habe es dann tatsächlich gegoogelt. und man findet dann, dass es sich um Elite-Präthorianer-Gardisten handelt und die sind genau die, die bei Snoke im Thronsaal ja schon zu finden waren. Genau, und dann eben ja diese roten Rüstungen haben und Waffen haben, mit denen sie eben Beskar durchdringen können und auch Lichtschwerden standhalten können und das ja erklärt dann, warum, weil der Kampf dann ja doch relativ schnell vorbei gewesen ist am Ende. Ja, Rest in Peace, Paz Vizsla. Du bist gefallen wie ein wahrer Krieger. Und ich fand das auch rückblickend betrachtet jetzt gut, also ich habe verstanden, warum man Paz Vizsla so viel Screentime gegeben hat und so viel, ja, einfach so viel Persönlichkeit im Gegensatz zu den anderen Mandalorianern in den letzten Folgen und die Sache mit seinem Sohn und dass er die große Rede gehalten hat von wegen, wir sollten ihnen helfen, als Navarro von den Piraten angegriffen wurde. Man musste diese Figur mehr aufbauen, damit diese Sterbeszene jetzt einen richtigen Impact hatte und das hatte sie auch. Das haben die sehr schön gelöst. Ja, das stimmt. Da hatte ich tatsächlich dann auch, es hatte dann so einen Impact auf jeden Fall, dass man schon so ein bisschen emotional mit ihm auch gebondet hat und da Verbundenheit zeigen konnte, ja. Ja, und er war auch in dem Sinne der Einzige, den man hätte opfern können. Ich meine, ich wäre echt sauer, wenn sie nur für den Schock-Effekt The Armorer sterben lassen würden. Ich finde die Figur einfach arschcool. Also, wer so viele Leute einfach nur mit zwei Hammern und einer Klammer ausschalten kann, der verdient Respekt. Ich möchte nicht, dass The Armorer irgendwas zustößt. Die ist mein heimlicher Liebling. Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß eigentlich noch gar nichts gefühlt über die Figur und wäre schon irgendwie spannend, weil sie hat ja schon eine ganz schöne auch wieder Ausstrahlung und ja, Macht über, oder was heißt Macht, aber sie ist ja schon eine Figur im Volk der Mandalorianer und ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist und so weiter. Würde ich auch gerne mehr zu erfahren, muss ich sagen. Dass sie diesen Stand erarbeitet hat, ne? Ja, das wäre doch mal etwas für eine zukünftige Episode in der vierten Staffel oder wann auch immer. Einfach mal so eine Episode, die sich nur mit ihr beschäftigt. Kurz dachte ich, du sagst Spin-Off-Serie. Ah, ne, so weit, so weit möchte ich nicht gehen. Also, das mit den Spin-Off-Serien, das ist mir so langsam über. Gerade, wenn man mal ansieht, was Marvel da für Katastrophen anrichtet. Nicht jede Figur, die cool aussieht und cool klingt, verdient deswegen eine eigene Show. So weit müssen wir nicht gehen, wirklich nicht. Ich bin momentan sehr empfindlich, was Spin-Off-Serien betrifft, aber eine komplette, ich meine, hey, wir haben in dieser Staffel eine komplette Episode bekommen, die sich mit Dr. Pershing befasst. Da wäre doch mal eine Folge für The Armorer wirklich keine schlechte Idee. Ja, das stimmt. Wo du allerdings Dr. Pershing ansprichst, wir haben ja noch nicht über Projekt Necromant gesprochen, oder? Ja, das sind ja... Kommt jetzt auch das erste Mal auf oder habe ich das vorher verpasst. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist Projekt Necromant die Klone oder Idee eben aus Grogus Blut diese Klone zu züchten, von denen wir immer noch nicht genau wissen, was für welchem Zweck sie dienen. Ja, ja. Oder was ist, wenn sie damit versuchen zu erklären, wie der Imperator zurückgekommen ist? dass das das Projekt ist, den Imperator zurückzubringen und die Lücke zu den Filmen zu schließen. Ja, die Lücke zu den Filmen zu schließen, war ja immer, dass ich gedacht habe, diese Klone sind eben die Klone, die zu denen Snoke wurde, als man halt mehrere Versuche hatte, die sind gescheitert, gescheitert und irgendwann hat es dann geklappt. Aber ja, klar, deswegen... Das war deine Anfangsfrage, jetzt verstehe ich es auch. Ja. Aber ja, klar, deswegen auch der Name Necromant, weil man halt einen Toten wieder zum Leben erwecken will. Das, ja, also das ist eins von beidem. Entweder ist es der Snoke-Prototyp oder es ist tatsächlich Palpatine, der... Ich meine, das ist ja das Schöne. Das könnte, ich will nicht sagen, das könnte Episode 9 komplett retten, das bleibt nach wie vor meiner Meinung nach kein guter Film. Aber wenn die in diesen Shows, was da noch kommt, Mando Staffel 4, Ahsoka oder was da sonst noch irgendwie kommt, wenn die ernsthaft eine gute Erklärung dafür finden, dass Palpatine wieder einen Körper hat und wieder ins Geschehen eingreifen kann, dann, dann wäre ich wirklich sehr zufrieden, weil da müssen die sich wirklich was einfallen lassen. Es ist nach wie vor eine Unverschämtheit, auch vier Jahre später finde ich es immer noch eine Unverschämtheit, dass die uns abgespeist haben mit somehow Palpatine returned. Also, wenn die wirklich diese Lücke schließen wollen, dann müssen die sich aber schon was Tolles einfallen lassen. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also, ich sehe es, alles was Episode 9 angeht, bin ich komplett bei dir. Ich finde es, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass das quasi jetzt in die Serien hinein diffundiert und man sich mit dem Thema tatsächlich irgendwie jetzt befassen muss. da bin ich noch nicht so, weil sonst, ich meine, Episode 9 ist einfach, hat es nicht gegeben, wird ignoriert, fertig, okay. Und es kann jetzt aber sein, dass wenn sie das wirklich, ja, mit Projekt Necromant oder wie auch immer dann versuchen zu erklären, dass man es nicht ignorieren kann, weil es in auch Serien, die ich jetzt gut finde beispielsweise, einfach eine Rolle spielen wird. Aber vielleicht gäbe es dann immerhin eine Erklärung. Ja. Das ist die Frage, wenn diese Serien mal vorbei sind und sie liefern Erklärungen und du guckst dir dann wirklich mal alles chronologisch in der richtigen Reihenfolge an, die Filme, dazwischen die Shows, wird die Sequel-Trilogie dann dadurch besser? Das ist die spannende Frage. Ich halte das für schwer machbar, ganz egal, was die sich da einfallen lassen. Ja, und wäre dann auch ja irgendwie nicht der richtige Ansatz, um Filme zu machen. Ja, man sollte keine Shows machen, nur allein, um Plottlöcher zu stopfen. Das ist wirklich der falsche Ansatz. Ja, Passwissler geht zu Boden und wir haben einen 1A Cliffhanger. Ganz nebenbei, wir haben noch ganz vergessen, dass Mando gerät in Gefangenschaft. Oh, stimmt. Das haben wir gar nicht erwähnt. Kleines, wichtiges Detail noch am Ende der Episode. Grogu ist hinter der Fähre. Ja, ist ja nur unser Main-Character, vollkommen egal. Ja, Grogu guckt traurig hinter der Glastür und muss traurig mit ansehen, wie Mando mit mehreren Seilen eingespannt wird. Moff Gideon sagt dann ja auch, entwaffnet ihn und bringt ihn drüben in die Kammer. Also, dieses Mal endet es anders. Am Ende der zweiten Staffel hat der Grogu gefangen genommen, dieses Mal hat der Mando gefangen genommen. Variation. Ja, Mando ist in Gefangenschaft bei Moff Gideon. Die Mandalorianer sind auf dem Rückzug und wir sehen die ersten Schatten, die die erste Ordnung vorauswirft und damit endet diese Episode. Und diese Episode hat das getan, was so eine Episode vor dem Finale tun sollte. Sie hat mich mächtig angefixt. Ich bin gespannt darauf, wie diese Staffel enden wird und wie diese Episode hat wie generell die zweite Hälfte dieser ganzen Staffel ordentlich angezogen und doch wieder das abgeliefert, was man am Anfang doch eher vermisst hat. Ja, verschiedenen Episoden der Staffel Dinge zusammengefügt hatten zu einem Großen und halt sehr viele Antworten bekommen. Die Inszenierung fand ich absolut top und die Musik hat mir gefallen. Ich habe kurz auf IMDb geguckt, weil ich die eben so gut fand, die Folge und ist die auf jeden Fall am höchsten bewertetste der aktuellen Staffeln mit 9,2 im Moment und ja, also ich fand es super und jetzt können wir uns nur noch auf ein schönes Finale einstellen, hoffe ich und dann haben wir einen Rap. Exakt. Ich bin gespannt, du bist gespannt, wir sind alle gespannt und damit sind wir am Ende eine Woche noch, dann werden wir sehen, was das alles bedeutet und auch womit wir dann quasi hängen gelassen werden, gibt es einen Cliffhanger oder gibt es einen Verweis auf Ahsoka, wir werden es sehen, ich bin jedenfalls wirklich, wirklich heiß auf dieses Finale und diesbezüglich hat diese Folge einfach einen hervorragenden Job gemacht. Manuel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und für deine Zeit, es war mir eine Freude. Ich bedanke euch allen fürs Zuhören, gehabt euch wohl, bis nächste Woche und bis dahin, das ist der Weg. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.